Ja, hey, willkommen, mein Name ist Danilo LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play, äh, Blade Kid, äh, ja, moh, äh, in der letzten Folge, ja, sind wir zu diesem Punkt gekommen und ich musste ehrlich gesagt die Aufnahme nochmal neu starten, also nicht neu starten, aber ich musste diese Level hier nochmal komplett durchrennen bis zu diesem Punkt, weil mein Aufnahmegerät nach der Level meinte abzuspacken und ja, ich wollte gerade den Punkt, ehrlich gesagt, wenn, als mein Aufnahmegerät hier am Abspacken war und dann, keine Ahnung, hat sich das Ding nochmal entschieden, nochmal, äh, direkt eine Aufnahme zu schauen, die hat direkt die alte, äh, überschrieben, toller Abnis, ne, so, ich hab immer noch jetzt hier die Sachen an, ich würde mal gerne, äh, das hier anziehen, weil ich hab schon wieder, äh, am Ende hat Kostüm gewechselt, und, ja, wir sind aber immer noch in diesem Level, deswegen, das ist das System nochmal an und ich hoffe wirklich, die Aufnahme funktioniert, dieses Mal, ich weiß jetzt nicht, ob die Schotztruhen, die ich eingesammelt habe, nochmal auftauchen, aber ich werde, so gut wie möglich, alles nochmal hier coveren, natürlich richtig blöd, aber passend, ganz ehrlich, hab ich die Level geschafft, ja, hier war eine Truhe zum Beispiel, kann ich jetzt nochmal ganz bekannt auslassen, ich glaube, wenn man da oben hingeht, dann konnte man so einen Schalter aktivieren, und, meine Güte, geh weg, einer von denen ist mir irgendwie durchs halbe Level, äh, folgt irgendwie, als ist er durchgerast, bin im Speedrun-Style, so, jetzt konnte man da unten hin, und da war eine Truhe, und die hab ich eingesammelt, mach ich jetzt aber nicht nochmal, weil ich möchte sich erwähnen, dass die Aufnahme diesmal funktioniert, man hat halt ausgerechnet am Ende der Level passiert ist, das war so ärgerlich, so, reden wir mit dem Typen, sehr gut, dann, wenn man das, diese Typen, den wir doch in den Hafen, wie dran geht im Spiel richtig gut, ehrlich gesagt, manchmal, ach ne, da komm ich erst später, glaub ich hin, ein, zwei Geimester hab ich wieder gefunden, wo die jetzt nur wieder sind, weil, die werden ja nicht mehr angezeigt, das ist doch blöde, so, jetzt geht's, so, jetzt geht's, so, jetzt geht's, er hat jetzt hier verdammten soldaten gerufen damit war schön begrüßt werden von denen geht weg geld weg ich bin jetzt einfach kommt möchte ich ehrlich gesagt ich noch mal machen müssen ich mache schön nach der level im schnitt also ich überprüfe die aufnahme macht nicht mit aber wir schon das meinte doch mal her ich glaube an der decke waren und vor ort diese typen ich denke auch im bericht zu abwärmen das war zwei aber hat trotzdem getötet okay wir sind noch ein paar dinger wir kaufen konnte ich mir leider nicht nachdem ich die level geschafft habe aber nicht ein bisschen schade ich habe mir eine waffe die welche war jetzt noch nicht einsetzen werden wir später einsetzen aber das ist immer noch nicht wir springen jetzt einfach mal hier lang das habe ich jetzt mal erreicht ich habe jetzt auch noch mal erreichen hallo beim ersten mal habe ich erreicht wobei ich da noch nicht mal gesehen weil es gibt es da nicht also auch noch was mir passt hat sich mal dafür ein bisschen so ok so kann man auch da bin ich hier gelandet und hier waren hier war sonst gibt dingen wieder wenn ich hingegangen und weiter nach oben gegangen so das zusammengefasst so so ja ok und hier ist wieder ein bisschen aber wenn es nicht der neue Troublemaker in der Stadt und was bringt dich in diese Nachwärmung du meinst, außerhalb von meinem Schiff, der, der, der blöden Neuk blieb ich bin nach einem lokalen Freunden, der Name Terralie Das ist direkt für die Oberfläche, oder? Und was, was ich muss auf der Weg schäuern, eine Frau braucht ein paar Pocken, richtig? Es ist ziemlich klar, dass du hier nicht neu bist. Der Name ist Hed, Sheriff Walrut Hed. Also, du bist die Verordnung in diesen Teilen? Ha 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 ha, zu einem Punkt. Die Thorin-Pencil-Pusherin verabschieden die Polizei mit den Solmärkten. Das ist zu viel action für diese alten Bohnen, also, ich lasse Dinge für die Bohnen, in red. Also, du bist einfach zurück und schaust? Ich bin ziemlich sicher, dass sie ein bisschen wie ein Racket haben. Ich würde dich sagen, dass du mit den Rentikoppen bleiben kannst, aber ich weiß dein Typ. Typ? Warum, Herr Hed, wir haben gerade gehört? Die Solars schon wollen dich verabschieden. Ich weiß nicht genug, um dich zu verabschieden, aber ich weiß, dass ich nicht so sehr wie sie. Das ist Solvay-Zen, Wir nehmen Heddy Feuer von Squad-Truppen. Ich spreche, wir nehmen Heddy Feuer. Ballard, du denkst, dass du diesen Bohnen helfen kannst? Ich bekomme dich einen. Und, ich weiß nicht, ich werde dich auch aus dem Kratzen halten. Ha ha ha. Wenn du es so sagen würdest. Oh, wenn ich nur ein bisschen jünger war. Und sie war weniger mensch. Okay, der Typ steht auf Katzen. Was habe ich ja schon wieder entdeckt? Ja. Es ist nicht so witzig, wenn man es zum zweiten Mal sagt. Ach, ja. Entschuldigung, ich habe einen Grupp von meinen Freunden verloren. Wir werden uns hier treffen, aber sie haben nicht aufgestellt. Hast du die Reden? Ich habe sie gefragt, aber... Ja, ich weiß, was sie sind. Ich werde meine Augen verabschieden. Danke, Frau. Frau? Wie alt bin ich? Entschuldigung. Es ist schwer mit Menschen. Okay. Haben wir die Level auch wieder geschafft. Und ich mache jetzt ganz schnell einen Schnitt. Damit das gleich nicht nochmal passiert. Also bis gleich. Okay, alles klar. Im Moment. So. Jetzt müssen wir jetzt nicht nochmal die Level machen. Und wieder bis zu einem bestimmten Punkt spielen. Jetzt haben wir die Level schon mal gesichert. Und wenn jetzt hier wieder was passieren könnte, dann ist das nicht mehr so schlimm. Ich muss sowieso jetzt noch nach 10 Minuten oder so aufnehmen. Die letzte war 8 Minuten und so. Also vom Schnitt. Und ja. Was habe ich noch gemacht? Waffen-Arena wollte ich ein paar Sachen kaufen. Konnte mir aber so gut wie nichts leisten. Keine HP oder Ausdauer-Upgrades. Ich habe mir nur eine neue Waffe geholt. Und zwar den Bastard. Ich meine Basta. Und ja. Mit dem will ich am liebsten jetzt kaufen. Bastard. So. Und wie man auch gesehen hat vorhin. Auch mal wieder mit der normalen Natur herum. Wo ich kein neues Kostüm kaufen konnte. Also ja. Mit dem wenigstens wieder was anderes haben. So. Ich habe irgendwo hier schon ganz am Anfang gesehen hat. dass eine Truhe irgendwo in der Nähe ist. Da oben. Die wollen wir uns schnappen. Natürlich. Na ja. Ist ja nicht die, die wir jagen sollten eigentlich. Egal. Okay. Wir können das Ding benutzen. Aber ich möchte erstmal. Hier. Hier schon wieder so ein Piepen gehört. So. Ich erinnere mich auch Geld. Äh. Ist da noch was? Dann habe ich wieder so ein Piepen gehört. Das glaube ich von so einem Skiff oder? Ich bin mir gerade ein. Was kann ich denn hier noch alles finden? Ich kann. Exodus. Squamaten. Okay. Okay. Wir müssen noch 16 Thronen finden. Es gibt so ein zweiter Anpass. Wie sieht denn jetzt eigentlich von der Level hier meine Bestzeit aus? 13. 13 Minuten. Ich bin da wie ein blöder durchgerast. Ist glaube ich auch eine Trophäe für. Wenn man. Ich glaube eine Gesamtanzahl von 90 Minuten oder irgendwie sowas hat. Also wenn man. Äh. Alle Level. So eine geringe. Zeit hat. Wenn man die alle zusammen zählt. 90 ist. Oder irgendwie sowas. Weitere nicht. Mal gucken. Stelle ich mir auch nicht so schlecht. Weil ein Tier ist das Ding an. Sehr gut. Haben wir schon mal ein Skiff. Ist ja schon mal. Nicht schlecht. Okay. Da ist glaube ich nichts. Ich glaube da oben rechts bin ich aber noch nicht gewesen. Mal gucken. gut ist natürlich wenn wieder die aufnahme abstürzt dass ich die ganzen dinger nicht nochmal einsammeln muss aber ich werde ja alles zeigen was ich habe hallo mein kauf rechtfertigen so dann nicht daran dann geht der aufzug nach unten nehme ich an damit her mit nach jetzt mal wieder okay da lang okay warum kommt so näher ich habe auf die wert kommen von dem schwert glaube das irgendwie stärker ne wow das hätte ich gerne richtig übel ohne attacke ja das ist auf jeden fall das ist sowieso von vertrieben das habe ich wieder gewünscht so jetzt kann man auf einmal doch im menü wechseln aber was ich würde mir verratet dass ich ja was sammeln kann jetzt ein bisschen paranoid entschuldigung aber das stimmt mich schon wieder richtig dumm und dämlich da muss ich sterb doch bestimmt wenn ich habe aber da tut doll weh bei mir ist sehr kurz irgendwie muss ich doch bestimmt verdrehen was ohne er hat das die andere richtung und ich bin an denen die man überhaupt festhalten ich weiß auch gar nicht sehr gut okay dann hat sich wieder umgeregt schon sagen komme ich ja nur durch selbstmord hier wieder raus so jetzt möchte ich aber die dinger noch haben das kann ja egal ja schmeckt die box was machst du? ich lasse dich raus warum? was habe ich gemacht? äh du warst gegen eurem Willen? na das ist preposterous wir wagen, dass wir in unseren neuen Häusern transportiert werden können ja du bist merkwürdig da drin lassen wenn ihr wollt kein problem mit was da oben schon wieder passiert bevor meine abnahme abgestürzt ist hat mein aufnahmegerät komische blinkende sehr gut als bebannt aber hat sehr gut also das ding hat ein bisschen geblinkt bevor es die aufnahme noch mal neu gestaltet hat und meine alte einfach überschritten hat macht das normalerweise nicht also wenn ich jetzt irgendwie auf einmal so verschwinde mit dem satz dann werde ich wahrscheinlich meine aufnahme einfach so reflex mäßig beendet haben und das hier alles zu sich haben hat wir ja bis jetzt gesehen haben ich dann nicht alles nochmal machen muss also dann nicht erschrecken ich kann noch okay ja okay mit dem aufzug boah dingen wie das aussieht was für einen schleier hinterlässt ich kann aber auch jetzt immer zu schließen wenn ich hier mit gefangenen rede ja ähm alle sind ja freiwillig ich kann aber auch jetzt immer zu schließen wenn ich hier mit gefangenen rede ja ähm alle sind ja freiwillig kein ding die sind folge schild da drin warum auch nicht eigentlich eigentlich dauert auch der nächste töte den töte ihn töte ihn danke ich bin da immer noch die meinung dass immer noch der meinung dass das level nicht so lang ist also kaputt gemacht kann ich gemerkt okay für 20 daten listen kann ich mir ein neues kostüm leisten habe ich letztens gesehen und ich habe 11 3 5 6 0 das sind wahrscheinlich alle wahrscheinlich alle finden also kann ich mir ein kostüm nicht leisten verdammt für 20 skips kann ich mir glaube ich auch ein kostüm leisten ob soldat hey mal da oben hin schon geil sein überall hochklettern zu können ich könnte mir richtig geil vorstellen ok cool bams was hat denn andere toren sehr schön ja um ist nichts wow jünger mich schnappen wir sind viel wert ok danke wollte ich aber noch nicht hin das sieht schon wieder so verdächtig richtig aus du mich doch unter blasen ne ich wusste es warum bist du dann da runtergelaufen ja nein komm ich da überhaupt so da hoch nase kratzen das waren informationen die ich euch nicht vorarbeiten wollte so kann ich jetzt irgendwie da kann ich gar nicht was das war umsonst ok hey da kann man rein glaube ich anscheinend nicht okay so der verkohlte gesichtsausdruck aus die schon sind richtig nah aneinander das gefühl okay okay das kann ich da vortreffen lassen ist also hat man nicht so schnell strecken kann in dem spiel mit der beziehung sind noch relativ einfach wer weiß vielleicht wird das spiel noch übel schwer ich werde mir an dem posten irgendwie so die haare raufen falls welche gibt mal schauen okay don't do that jetzt da unten irgendwie lang aber hat dinge war hat nur wegen blaue dinge um welchen überhaupt da lang bekomme ich jetzt hat zweiste dinge daran durch okay hier lang ich wollte sagen das ist bestimmt voll falsch ja gut er hat entdeckt muss es haben okay warum tue ich so da muss ich mitten im sprung zu nehmen mal so was finde ich nicht gut war da im ersten level auch schon ich habe acht minuten gerade nach acht minuten im schnitt gemacht also nehme ich mal an ich kann auch ein paar noten da geht mal was was auch was auch was auch was gemacht okay ich will ja immer denkt dass ich wer ist wo die 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 So, da möchte ich nicht hoch. Au! Oh Gott. Mäh. Mäh. Ich bin aufgeschissen auf das eine Ding. Ich bin auf das auch. Das auch. Nein, ich darf nicht darunter. Also gucken, aber... Nein, nicht runter. So. Was hier noch? Ich habe schon irgendwas gegeben. Ich habe schon was vollgeistig. Ich habe das jetzt gefunden. Was? Was war das? Ich habe irgendwas gefunden. Ein Datenpack, glaube ich, ne? Oder? Keine Ahnung. Irgendwas gefunden, egal. Wir sagen, ich mache hier mal einen Schnitt. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Blade Kitten. Ich bedanke mich aller herzlich für das Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.